Hallo, ich bin der Matthias Hobexer und ich arbeite im Raiffeisenverband in der Abteilung Unternehmensberatung. Die Beratung im Bereich nachhaltige Entwicklung der Genossenschaften. Viele Genossenschaften sind da Vorreiter und haben sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, möchten sich aber noch laufend weiterentwickeln. Andere Genossenschaften möchten jetzt nachzüllen und sich auch dem Thema entwickeln. Man muss wissen, dass Nachhaltigkeit ein sehr vielschichtiges Thema ist, betrifft fast alle Unternehmensbereiche. Deswegen sind wir da in der Abteilung sehr gut aufgestellt, weil wir schon jahrelange Erfahrung im Bereich Unternehmensberatung haben und können deshalb auch jetzt das Thema Nachhaltigkeit gut andecken. Mir gefällt die Arbeit sehr gut, und zwar aufgrund der Vielschichtigkeit von Themen von Nachhaltigkeit, aber auch von Sinnstiftenden und durch das, dass es noch in den Stadlöchern steckt, kann man sehr viele eigene Ideen einkommen.